Die Zahl der Kriege in unserer näheren Umgebung hat deutlich zugenommen. Mit dem Bürgerkrieg in der Ukraine besteht sogar wieder die Gefahr eines Weltkrieges. Wie konnte es so weit kommen? Wie ist der Konflikt zwischen dem Westen und Russland entstanden? Verfolgt Putin, den man völlig zu Recht in vieler Hinsicht kritisieren kann, auch legitime Sicherheitsinteressen? Ist der Konflikt in deutschem Interesse? Herr Bröckers, wir haben ja Pressefreiheit. Sie selbst sind das lebende Beispiel, der lebende Beweis dafür. Wie kommen Sie zu dem Verdacht, wir würden manipuliert? Es ist zu beobachten seit dem Konflikt in der Ukraine und in Russland, dass unsere großen Medien diesen Konflikt in einem sehr groben Schwarz-Weiß-Raster uns nur vorführen. Also es ist eindeutig, wer der Böse ist. Und das ist nicht nur Russland, sondern schon in einer kindergartenartigen Personalisierung. Herr Putin und wir, das heißt der Westen, die USA, die EU, die NATO, wir sind die Guten, egal was wir tun. Wir sind nie für irgendetwas Verantwortliches, es sind immer die anderen. Und man kann das an dem Konflikt in den letzten Monaten gut sehen, wie Ereignisse wie beispielsweise der Absturz dieses malaysischen Flugzeugs dort und 300 Toten sofort instrumentalisiert wird wieder in diesem Schwarz-Weiß-Raster. Der Absturz ist ja bis heute nicht aufgeklärt. Es sind 300 Menschen ums Leben gekommen. Aber dennoch erschien am Tag danach schon Putins Raketen, stoppt Putin. Also es wurde alles auf Russland und Putin geschoben. Und mit dieser Art von Medienberichterstattung wird nicht die Realität dargestellt, sondern es wird eine gewisse Realität erzeugt. Es werden Stimmungen gemacht. Es wird so eine Art emotionale Mobilmachung betrieben. Das kann man auch an der Sprache gut sehen, da ist dann von Pro-Russen die Rede, das sind Ukrainer. Oder von Putin-Versteher, also das Verstehen wird sozusagen denunziert als etwas, was nicht sein darf. Da ist gerade eine schöne Mail eingegangen aus Erfurt von Peter Bär. Er zitiert die Welt und in der Welt steht folgendes. Putin-Versteher ist keine Beleidigung, nein, Putin-Versteher ist eine Verharmlosung. Hinter diesem Wort können sich, wie hinter einer Maske, nun aktive Unterstützer der russischen Aggression verstecken und ähnlich wie der von Ihnen angeklagte Westen predigen. Wir sind die Guten. Ja, das ist wunderbar aus der Welt, finde ich, weil es genau das, was ich sagte, nochmal unterstreicht. Verstehen wird hier als Verharmlosung hingestellt. Ich habe den Untertitel doch als ironische Replik gewählt, gerade darauf, dass es nicht sein kann, dass man nicht mehr verstehen, nicht mehr analysieren kann. Und auch deutlich gemacht, verstehen heißt nicht verehren. Ein Putin-Versteher ist niemand, der Putin verehrt. Aber wie Sie an dem Zitat eben so schön klar machen, das wird in einen Topf geschmissen. Wer Verständnis oder überhaupt nur versucht zu analysieren, was wollen denn die Russen, was ist denn ihre Motivlage, was sind denn deren Absichten, wer das tut, betreibt Feindpropaganda. Oder früher nannte man das hier Wehrkraftzersetzung. Man darf also nicht verstehen, man muss den Feind als Feind angreifen. Aber Sie zweifeln ja daran, deswegen steht das die Guten ja sozusagen in Anführungszeichen, Sie zweifeln daran, dass der Westen, also der ganze Westen, es gibt ja auch da riesige Unterschiede, immer die Guten sind. Dazu ist in unserem Blog schon unter www.sr2.de eine Äußerung eingegangen, wo die Rede davon ist, dass es sich da ungezügelter Hass auf die Vereinigten Staaten zeigt. Es geht doch nicht darum, Hass auf die Vereinigten Staaten zu predigen, genauso wenig wie Hass gegenüber Russland. Die Vereinigten Staaten haben aber, und das muss man klar machen, und das tun wir auch im Buch, natürlich Interessen. Wir, der Westen, marschieren doch seit 14, 15 Jahren, wenn wir uns die letzte Etappe der Zeitgeschichte anschauen. Wir führen einen Krieg nach dem anderen im Irak, in Afghanistan, in Libyen, in Syrien, immer unter dem Signum und mit dem Fähnchen Freiheit, Demokratie, Menschenrechte. Gucken Sie sich doch mal an, was an Freiheit, Demokratie und Menschenrechten da passiert ist. Nichts. Und dasselbe ist jetzt auch wieder in der Ukraine. Wir marschieren mit dem Fähnchen Freiheit, dass da auf dem Maidan tatsächlich berechtigte Proteste stattfanden, gegen ein korruptes, kleptokratisches Regime. Also ein Raubsystem. Und für eine zivilgesellschaftliche demokratische Reform. Das ist ja völlig unbestreitbar und unbestritten. Und diese Proteste muss man unterstützen. Meine These ist aber, die sind ein Stück gehijackt worden, sozusagen für einen Machtwechsel. Und schauen Sie sich an, auf dem Maidan, vor wenigen Wochen, hat der Bürgermeister Klitschko, der Ex-Boxer, die letzten aufrechten Demonstranten dort vom Platz entfernt. Das waren nämlich Leute, die gesagt haben, nee, nee, Leute, so haben wir doch nicht gewettet hier. Wir haben nicht monatelang demonstriert, damit ein Oligarch durch den nächsten ausgewechselt wird und alles geht so weiter wie bisher. Aber genau das ist passiert. Das ist ja überhaupt eine ganz wichtige Frage. Wir der Westen, wer immer damit gemeint ist, mögen ja noch in irgendeiner Weise gut sein. Aber ist auch diese, für mich jedenfalls fragwürdig legitimierte Regierung in Kiew gut im Sinne von demokratisch, humanistisch und so weiter? Sie ist natürlich überhaupt nicht demokratisch, weil, und das muss man auch immer deutlich sagen, im Zusammenhang mit der Krim, die ja kritisiert wurde als Bruch des Völkerrechts, diese Annexion der Krim. Wobei die Völkerrechtler, wenn man wirkliche Fachleute fragt, sagen, nee, ein Bruch des Völkerrechts war das nicht. Es gab ein Referendum, eine klare Mehrheit hat sich für den Anschluss an Russland ausgesprochen. Was passiert ist dort, die Krim-Bewohner hätten die ukrainische Regierung fragen müssen, ob sie sich separieren dürfen. Sie haben also die ukrainische Verfassung gebrochen. Die Regierung von Jatzenuk, die da installiert ist jetzt, hat aber die Verfassung genauso gebrochen, weil die Ablösung von Janukowitsch, dem vorherigen Präsident, war auch nicht verfassungsgemäß. Da standen Leute mit Gewehren im Parlament, die 75 Prozent, die man gebraucht hätte, waren nicht erreicht. Das wird von uns hier im Westen alles ignoriert. Wir haben diese Regierung sofort als legitim anerkannt und fördern sie jetzt auch mit Geld und mit Waffen und haben auch als EU, auch als Deutsche und als der Westen dazu beigetragen, dass dort jetzt ein furchtbarer Bürgerkrieg im Gange ist, bei dem schon Tausende ums Leben gekommen sind. Ich habe vorhin selbst gefragt, ob dieser Konflikt im deutschen Interesse ist. Und Inge Käufer aus Saarbrücken kann diese Frage nicht so richtig verstehen. Nun will ich sie auch nicht erklären. Ich bitte Sie, es zu erklären. Wenn man die letzten Tage in die Zeitungen geschaut hat, dann war so eine der Top-Nachrichten, ja, die Wirtschaft klagt, die Aufträge gehen zurück, Rezessionsgefahr und so weiter, da muss sich ja niemand wundern. Wir haben diese Sanktionen beschlossen gegen Russland und unlängst hat der amerikanische Außenminister ja nochmal gesagt, ja, wir mussten ja die EU dazu zwingen, dass sie diese Sanktionen macht. Die sind nicht in unserem Interesse. Deutschland ist eine Exportnation, wir exportieren Maschinen, Autos und so weiter und wir brauchen Rohstoffe, Öl, Gas und so weiter. Das hat Russland. Insofern ist im deutschen Interesse ein gedeihlicher Austausch mit den Russen und nicht eine Konfrontation oder gar ein Krieg. Aber wenn es doch um so einen Konflikt geht, muss man ja auch mal materielle Opfer bringen, wenn es um eine gute Sache geht. Ich betone wenn. Wenn es um eine gute Sache geht, muss man materielle Opfer bringen. Aber was ist denn die Sache, um die es überhaupt geht? Geht es wirklich in der Ukraine und in Kiew um Demokratie oder geht es nicht darum, dass die NATO ihre Raketen dort installieren will? In dem EU-Assoziationsabkommen, was ja sozusagen der Auslöser dieses ganzen Konflikts war und das wir ja auch im Buch als unlauter darstellen oder hinstellen oder beschreiben. Warum ist es unlauter? Zum einen sind die Chancen, dass die Ukraine, deren Bruttosozialprodukt so weniger als die Hälfte der ärmsten EU-Länder beträgt, dass die auf absehbare Zeit Mitglied der EU werden, das ist völlig illusorisch und wird auch nicht geschehen. Nun, es sind andere Staaten aufgenommen worden, die man auch besser nicht aufgenommen hätte. Das mag sein, diese ganze schnelle Osterweiterung der EU, der ja dann sozusagen im nächsten Schritt immer die Osterweiterung der NATO folgte, die ist auch nicht in Paris oder in Berlin ausgedacht worden, sondern in Washington. Und die Amerikaner haben das sozusagen befördert und man muss sich anschauen, welche Strategie steckt überhaupt dahinter. Was sind denn unsere jetzt westlichen Interessen, was sind die amerikanischen und wie differieren die von den europäischen oder deutschen? Und wenn man das tut, dann stellt man fest, wir mit unserer deutschen Politik folgen im Moment mehr oder weniger unbewusst oder blind, ich hoffe nicht blind, einem amerikanischen Diktat und machen eine Politik, die dem amerikanischen Interesse dient, aber nicht unserem eigenen. Also wenn ein Konflikt Europa-Russland ist, sind die Amerikaner vielleicht in gewisser Weise die lachenden Dritten, die dann einerseits ihr Fracking-Gas nach Europa verkaufen können und die andererseits einen Konkurrenten weniger haben oder sogar zwei Konkurrenten weniger. Meine These wäre ja sogar, dass die USA auch gar kein Interesse haben an einer wirklich einigen und stabilen und starken EU. Weil die ja eben auch, dass die EU keine Außenpolitik hat, sondern eher sozusagen im Schlepptau Amerikas fungiert, das ist im amerikanischen Interesse. Aber wenn, und dafür plädieren wir eigentlich auch in unserem Buch, dass Old Europe, die Kernstaaten, also Frankreich, Italien, Holland, Deutschland, dass diese Länder sich doch bitte besinnen sollten, was eigentlich ihr Interesse ist. Wollen wir wirklich einen Krieg in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, der unter Umständen ja sogar mit Atomwaffen geführt werden kann, weil Russland die zweitstärkste Atommacht der Welt ist? Oder wollen wir nicht eine Politik der Deeskalation betreiben? Also fordern Sie praktisch die alte sozialdemokratische Ostpolitik zurück? Ja, ich bin dann auf meine alten Tage dann doch bei einer Forderung gelandet, die von Willy Brandt, von Egon Bahr und von anderen ja in den 60er Jahren schon begonnen wurde. Das Schlagwort ist damals gewesen, Wandel durch Annäherung, da gab es die Sowjetunion, das war ja noch eine ganz andere Bastion als heute Russland. Putin ist ja kein Kommunist und es gibt auch nicht mehr diese starke Blockkonfrontation, aber die Politik um die Ukraine fördert das eigentlich, dass wir tatsächlich wieder in so einen kalten Krieg reinrutschen. Und wir haben dieses Buch ja vor allen Dingen deswegen gemacht, weil wir das verhindern wollen, dass wieder so eine Konfrontation entsteht. Und mittlerweile ist es ja nicht nur Putin-Versteher ein Schimpfwort, sondern wenn man sagt, ich bin Pazifist und ich arbeite für den Frieden. Und unlängst sagte jemand, ja wer bei den Grünen für den Frieden ist, der muss ins Zeugenschutzprogramm. Also auch die Grünen, die mal aus der Friedensbewegung kamen, marschieren ja sozusagen stramm an der Seite des Imperiums und haben ihre friedensbewegten Wurzeln völlig gekappt. Wir sprechen in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio heute mit Matthias Bröckers zu seinem übrigens mit Paul Schreier zusammengeschriebenen Buch »Wir sind die Guten, Ansichten eines Putin-Verstehers oder wie die Medien uns manipulieren« erschienen bei Westendpreis 16,99. Sie können sich mit Fragen an den Autor in der Sendung beteiligen, indem Sie hier anrufen. Sie wählen bitte die Vorwahl von Saarbrücken 0681, dann 65100. Saarbrücken 65100. Wenn Sie nicht durchkommen und bitte nur dann, schicken Sie mir eine Mail in die Sendung, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir mal den ersten Anruf. Werden wir mehr von den Medien oder von Putin über die Medien manipuliert? Schließlich hat Putin die Krim besetzen lassen und nicht die Medien. Die Krim ist ja gar nicht besetzt worden, sondern da waren ja, sind glaube ich 85 Prozent der Bewohner russisch. Diese Personalisierung auf Putin, die ist, finde ich, ein Zeichen dafür, dass es hier nicht mit rechten Dingen zugeht. Ich habe es eben schon mal gesagt, wenn deutsche Waffen irgendwo schießen in der Welt, dann sagt niemand Merkels Panzer. Aber wenn irgendetwas mit Russland ist, dann war das Putin. Der Anschluss oder die Annexion der Krim kann man und muss man sich ja kritisieren, aber man muss doch auch schauen, warum hat Russland das getan? Die Krim war ja mal russisch, Khrushchev hat sie dann in so einer Wodka-Laune der Ukraine geschenkt, was eher symbolisch war, solange die Sowjetunion existierte. Danach, nach dem Ende der Sowjetunion, hat dann Russland einen Vertrag mit der Krim gemacht über den Hafen von Sebastopol. Der ist strategisch ganz wichtig für die Russen, für ihren Kontakt zum Mittelmeer und überhaupt zum Süden. Und kurz bevor die Regierung Janukowitsch dann verjagt wurde, hat ja diese Regierung einen Vertrag nochmal gemacht mit den Russen. Über 30 Jahre Pacht dieses Geländes. Die Ukraine kriegt da zwei Milliarden pro Jahr in Erdöl oder Gas für, wird also gut bezahlt. Und kaum war der Machtwechsel in Kiew passiert, da riefen dann vor allen Dingen die rechten Kräfte in dieser neuen Regierung zum Marsch auf die Krim auf. Das konnte Russland nicht akzeptieren. Also dass jetzt dann in Zukunft die NATO ihren zweitwichtigsten Hafen dort unten kontrolliert, das war völlig klar, dass das nicht geht. Mit einer moderaten Regierung in Kiew hätte Russland überhaupt kein Interesse gehabt da.